Und da sind wir wieder, frisch und erholen fürs nächste Spiel. Eine Szene für Bernhard, Mirko und Oliver. Und zwei von euch bekommen jeweils zwei festgelegte Sätze und dürfen keine anderen Sätze benutzen. Und das wären dann Mirko und Oliver. Also ich bitte euch schon mal auf diese kleine Bühne und sage euch, um was es geht. Bernhard, du bist Indiana Jones. Ich weiß, ich fiel heute nur gut aussehende Männer. Große Abenteurer. Du bist Indiana Jones und bist unterwegs mit deinen beiden Azubis, um in der Höhle des Grauens den heiligen Gral zu bergen. Du darfst alle Sätze benutzen, die du möchtest, du darfst die Geschichte vorantreiben. Aber Mirko, du darfst nur sagen, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Und lass mich mal. Lass mich mal. Und Oliver, ich muss weg. Wie meinst du das? Nochmal, Mirko, was sind deine beiden Sätze? Ich werde verrückt, lass mich mal. Wunderbar. Und Oliver? Ich muss weg, wie meinst du das? Perfekt. Ich freue mich auf Indiana Jones und seine Gehilfen. Ich muss weg. Du bleibst jetzt schön hier. Einer von uns musst du erst in diese Höhle kriechen. Wer von euch traut sich? Lass mich mal. Ich werde verrückt. Verdammt nochmal, was hast du gesehen? Lass mich gehen, vielleicht ist das einfache, wenn man etwas niedriger ist und nicht aufrecht durch einen niedrigen Gang geht. Ach du Scheiße. Ich muss weg. Jetzt bleib doch mal hier. Von hinten stürzt doch schon wieder alles zusammen. Dort vorne. Wir müssen an diesen Zacken vorbei, die von der Seite immer wieder... Oh, ich werde verrückt. Wie meinst du das? Wir müssen an den Zacken vor... Wir müssen an den Zacken vorbei, die von der Seite in den Gang gehen. Bleib mir mal. So, okay, wartet, ich nehme hier meine super Peitsche. Oh, ich muss weg. Bleib hier. Los, haltet mich fest. Lass mich das. Lass mich doch mal. Haltet mich fest mit den Händen am... Vergiss es, der andere ist schon gut. Wie meinst du das? Bleib nicht loslassen. Ich kann euch sagen, wer hier gleich verrückt wird. Achtung. Ich muss weg. Nein, 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 nein. Zurück, zurück. Lass mich mal. Oh, ich werde verrückt. Verdammt, ich hänge über diesem tiefen Abgrund. Wie meinst du das? Ich hänge über diesem tiefen Abgrund. Oh, ich werde verrückt. Ja, ich... Verdammte Scheiße, ich werde verrückt. Ich muss weg. Das war's doch schon wieder, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich bei Barbara Schöneberger, Mirko Dornschel, Oliver Melke, Herbert Hohecker. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder bei Freschner. Bleiben Sie dran, kommt bestimmt was Lustiges. Das ist jetzt freilsam. Gemüden!